Das wird mir vielleicht sofort verabeln. Oh mein, oh mein! Du kannst schauen, wo es bleibt. Sind wir jetzt fort oder sind wir noch wieder, und so eine Luft? Oder die Luft ist aus. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht jetzt nicht mehr, es ist vorbei. Nein, ich mag auch nicht mehr. Und wenn es der Teig ist, wie man wahrt. Ja! Hä? Was ist denn das? Ja, das ist ja das Siegenbrünnlein, das ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Auch so ein Zufall, oder auch? Ja, da gratuliere ich herzlich, gell? Denkst du uns nix druck? Können am Preis für dich aufreißen? Du brauchst das Mann überhaupt nicht aufreißen? Na, du, da ist ja cool, wenn wir es eben schwingen in die Kurve, Leute, in die Tasche! Halt mal, schau, seid mal ruhig. Geh, aber dir das auch, dann wird's schon mal eine Vorstellung. Ja, schau. Geh, hier, nicht da. Ja, da, um das gefällt mir ja gar nicht. Wo kommt der denn bloß her? Von da? Aber, aber, ich sehe es auch von dort. Ja, aber von da? Ja, ja, von da auch noch. Ja, um Gottes Wohl, das ist ja überall um uns. Ja, aber wo geht's denn jetzt raus? Machen wir den? Ein Schreckle, ein Schreckle. Ja, was? Der Schreck, der Schreck mit wütlichem Zorn, das Fenster des Falschen durch ein heißes. Sein Mensch ist sinnvoller in Wolken verspoten. Er wird den Wolken auf die Tür. Ja, ja, ja! Ja, ja! Die Ehre haben sich nicht! So sind wir. Nein, sind wir nicht! Meine sündhaften Schwestern und Brüder und sonstige Anverwandte mit oder ohne Geschlecht im Herrn der Hölle. Damit wir die Offenbarung des Fürsten Luzifers so rechtartig feiern können, sprechen wir miteinander das Große. Ach, das Kleine tut sei da. Ja, ja, nur was anderes zum Verrichten, meine ich. Das kleine Schuldbekenntnis. Ich bekenne dem Herrn der Hölle, den Lichtbringer, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt und unterlass in Gedankenworten und vor allem auch in Werten. Ich allein, nur ich allein, nicht ganz und gar allein, hab das alles für mich für meinen Herrn der Hölle, dem Lichtbringer. Ich bin nicht allein, nicht immer, nicht immer, nicht immer. Das bleibt doch auch. Die ganze Summe sparen wir uns. Das machen wir noch. 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 Heut haben wir was, heut hab ich was ganz was besonderes für euch, heut Nacht noch, heut Nacht noch, fall mir über das Dorf her. Ja bitte, ja bitte, ja, alle dürfen mit, alle dürfen mit und alles ist in der heutigen Nacht. Dich, du 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 dich! Heut! Heut! Die zwei alleudristen wissen die dann schafft. Ihr macht euch jetzt ohne verzögert auf ins Dorf hinab. Und zwar zeig ich! Ja! Immer wir, so eine Boshaftigkeit! Ganz recht, mein Lieber! Wenn die Sauer reist es!